Daivi, Hyesha, Gunamai, Mama, Maya, Duratjaya, Mam, Evaye, Prapadyante, Mayam, Etam, Tarantite, Daivi, Transzendental, Hi, Gewiss, Esha, Diese, Gunamai, bestehend aus den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Mama, Meine, Maya, Energie, Duratjaya, äußerst schwierig zu überwinden. Mam, Mir, Eva, Gewiss, Je, Diejenigen, Die, Prapadyante, Sich ergeben, Mayam, Etam, Diese illusorische Energie, Tarantite, Überwinden, Te, Sie. Diese, meine göttliche Energie, die aus den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur besteht, ist sehr schwer zu überwinden. Aber diejenigen, die sich mehr ergeben, können sie sehr leicht hinter sich lassen. Erläuterung. Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, besitzt unzählige Energien, und all diese Energien sind göttlich. Obwohl die Lebewesen Teile seiner Energien sind und deshalb ebenfalls als göttlich bezeichnet werden können, wurde ihre ursprüngliche höhere Kraft durch die Berührung mit der materiellen Energie bedeckt. Wer so von der materiellen Energie bedeckt ist, kann unmöglich ihrem Einfluss entkommen. Wie zuvor schon erklärt wurde, sind sowohl die materielle wie auch die spirituelle Natur als Emanationen der höchsten Persönlichkeit Gottes ewig. Die Lebewesen gehören zur ewigen, höheren Natur des Herrn. Aber weil sie durch die niedrige Natur die Materie verunreinigt sind, ist ihre Illusion ebenfalls ewig. Die bedingte Seele wird deshalb als Nitya Bhada, ewig bedingt, bezeichnet. Niemand kann zurückverfolgen, zu welchem Zeitpunkt in der materiellen Geschichte sie in ihren bedingten Zustand geriet. Folglich ist es für sie sehr schwer, der materiellen Natur zu entkommen, obwohl die materielle Natur die niedere Energie ist. Denn die materielle Energie wird letztlich vom höchsten Willen gelenkt, den das Lebewesen nicht überwinden kann. Die niedere materielle Natur wird hier als göttliche Natur bezeichnet, weil sie mit dem Göttlichen verbunden ist und vom göttlichen Willen bewegt wird. Weil hinter der materiellen Natur der göttliche Wille steht, kann sie beim Aufbau und bei der Zerstörung der kosmischen Manifestation auf solch wunderbare Weise wirken, obwohl sie eigentlich zur niederen Kategorie gehört. Die Veden bestätigen dies wie folgt. Maya Illusion ist falsch, das heißt zeitweilig. Doch im Hintergrund Mayas befindet sich der höchste Zauberer, die Persönlichkeit Gottes, der der höchste Herrscher Maheshwara ist. Svetasvatara Upanishad 4.10 Eine andere Bedeutung von Guna ist Seil, was darauf hinweist, dass die bedingte Seele fest von den Seilen der Illusion gefesselt ist. Ein Mensch, der an Händen und Füßen gefesselt ist, kann sich nicht selbst befreien, sondern ist auf die Hilfe anderer angewiesen. Jemand aber, der selbst gefesselt ist, kann ihm nicht helfen. Der Retter muss selbst befreit sein. In ähnlicher Weise kann allein Sri Krishna bzw. sein echter Stellvertreter, der spirituelle Meister, die bedingte Seele befreien. Ohne solche höhere Hilfe kann man nicht aus der Gefangenschaft der materiellen Natur befreit werden. Hingebungsvoller Dienst, Krishna-Bewusstsein, kann einem helfen, solche Befreiung zu erlangen. Da Krishna der Herr der illusionierenden Energie ist, kann er dieser unüberwindlichen Energie befehlen, die bedingte Seele freizulassen. Er befiehlt diese Freilassung aus seiner grundlosen Barmherzigkeit gegenüber der ergebenen Seele und aus seiner väterlichen Zuneigung, da das Lebewesen ursprünglich ein geliebter Sohn des Herrn ist. Sich den Lotusfüßen des Herrn zu ergeben, ist daher das einzige Mittel, um aus der Gewalt der mächtigen materiellen Natur frei zu werden. Die Worte Mam-Eva sind ebenfalls von Bedeutung. Mam bedeutet allein zu Krishna, Vishnu, und nicht zu Brahma oder Shiva. Obwohl Brahma und Shiva auf einer sehr hohen Stufe stehen und sich fast auf der gleichen Ebene wie Vishnu befinden, ist es für diese Inkarnationen von Rajoguna, Leidenschaft und Tamoguna, Unwissenheit, nicht möglich, die bedingte Seele aus der Gewalt Mayas zu befreien. Mit anderen Worten, auch Brahma und Shiva stehen unter dem Einfluss Mayas. Allein Vishnu ist der Herr über Maya. Deshalb kann nur er die bedingte Seele befreien. Die Veden Svetasvatara Upanishad 3.8 bestätigen dies mit den Worten Freiheit ist nur möglich, wenn man Krishna versteht. Selbst Shiva bestätigt, dass Befreiung nur durch die Barmherzigkeit Vishnus erreicht werden kann. Shiva sagt Es besteht kein Zweifel darüber, dass es Vishnu ist, der jedem Befreiung gewährt. Das Gemeente Und da sieht es 들ๆ, dass Hilfe vor dem Geheimstand wird